Jo, halt zurück zu Judgment. Wir haben uns mal kurz ein paar Verbandskästen geholt und jetzt gucken wir mal, dass wir die Familie noch anglocken. Ich habe jetzt keine Ahnung, weil eigentlich müsste der Kollege jetzt mittlerweile wissen, dass ich in der Stadt bin und hier auch einfach rumrenne. Mal gucken, wir laufen einfach mal rum. Hm. Nicht so viele da rücken. Hm, Champion District, okay. Einwürde so einer kleinen Seitenstraße wahrscheinlich. Okay. Laufen wir mal rüber. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre genau die andere Richtung, nämlich hier rüber. Genau. Okay, aber der Weg dahin, der ist natürlich... Nö, ist schon da lang. Also, ich war schon richtig. Ja, ist ja gut. Die sind gar nicht so schnell wie ich. Hast du über ein Healer? Boah, die Fahrräder entwegt. Mann, 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 Mann. So. So. Kaihto. 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 Wie. Oh! O-oh! 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 Ein paar Jungs mitgemacht! Na, der ist so lustig, der Kaito! Perfekt! Jungs mitgemacht! Oh, mir wäre auch der Niveau gewesen, was man... Oh, das ging doch schnell, der Kaito war ab da. Mal gleich wieder ein Sandwich essen. So, Mädels, was ist los? Den kriegen wir ganz easy. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Lauf, Junge! Junge, da muss doch mal aufpassen. Hm. Oh, komm. Mann, Katja, du brauchst so viel. Oh-oh. 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 G-g-g-g-g-g-g-g. Elly-gig-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Sie sind heute RT-KGG-g. Sie sind constru angesIT. Sie haben Kelsey immer begleitet. стро Das ist schon ein Problem, dass wir jetzt nicht mehr machen können, Herr Vater. Ich kann mich nicht mehr auf die Seite auf dem Weg bringen. Ich bitte. Ich kann mich nicht mehr sagen, Herr Vater. Aber ich weiß nicht mehr, Herr Vater. Ich weiß nicht mehr, Herr Vater. Ich weiß nicht mehr, Herr Vater. Herr Vater, Herr Vater! Kaito Wie kriegen wir den jetzt da raus? Kaido-san, wie war das? Ich habe ihn in den Häusern und habe ihn in den Yakuza gefangen. Ich weiß nicht. So, ich werde schnell zu retten. Was hast du in diesem Ort gekommen? Was ist das? Nein, das ist nicht so. Aber nur, dass ich mir so etwas gesagt habe, dass ich heute eine Bühne verabschiedet habe. Dann fahre ich es nach. Wir gehen jetzt. Das stimmt. Oh, du schon wieder. Ich kann es nicht mehr ausführen, aber ich kann es nicht mehr ausführen. Ich kann es nicht mehr ausführen. Das ist so schnell. Yagami, hast du bereit? Ja, dann gehen wir. Oh, Yagami! Warum ist das hier? Achso, auf die harte Tour die Jungs einfach wegboxen. Geht ja eh nur durch die Tür hier durch, oder? Ach Junge! Bisschen Gespür nach so einem harten Kampf. Ja komm! Das ist gut. Gut. Noch ein wenig. Gut. Neu, Meister. Oh, er schon wieder. Diesmal kurzschwert, okay. Oh, ich hab gesagt, früher noch ein Patient wird Schuss essen. Wo ist denn das Sandwich? Ja, oder ihn hier. Oh, nix, okay. Er sitzt noch. Junge. So, Ari. Na gut, er braucht Zeit. Oh, shit. Okay. Hmm, oh wow. Nein, nein, der fallet gut aus Ja, nein, der fallet gut aus Oh no! Oh no! Das ist echt ein harter Hund, ne? Das geht mal hinterher, oder was? Ja komm! Oh no! Oh no! Oh, das Licht anmachen! Oh no! Ich weiß aber was schönes! Wir sind aufgeregt, ne? Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Ah, schon wieder alles voll! Geht's weiter? Okay! Okay! Oh, das ist gut! 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 Oh, yes. Mann, die müssen wir bald mal kaputt kriegen hier So, reicht doch jetzt, oder? Wie viele Stöcke hat er denn noch? Bist du fit, oder was? Komm, wir warten erst mal ein bisschen Was kriegen wir hier anderen für Nachrichten? Was? Ja, ich bin 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 ja. Das war's für mich. So, bist du fit? Warte mal. Ah, baut sich niemand wieder auf, ne? Was kriegen wir hier für Nachrichten, Leute? Wo ist Jimmy? Was ist los, komm mit. Warte mal, warte mal, warte mal. oder Einer noch oder alle weg? Ja alle kaputt. Okay hier war der der wieder Jimmy oder? Ja. Hm, so ein letzter Dich da. Hey, ich bin mit dir. Mhm. 2 Minutes. All right, let's go. Okay. I've got a little bit. Okay. A little bit more. It's over. Hi, my sir. Did you see the light coming out of Tokyo, or what? It was late, huh? Well, it's over. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sure it's over. I think it's over. Yeah. Hmm. Yeah. Yeah. Oh, man. Yeah. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 den hätte ich mir aufsparen können. Oh, Alter. Okay. Nö, erstmal irgendwelche Sandwiches reinballern. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Na, endlich. Was ein Affe. So, wo sind die anderen hin? Okay, kommen wir nicht durch. Müssen wir hier weiter. Hmm, Kaito-san. Wo ist er? Oh. Kaito-san, spreche. Temeh, die Sassi-zu-dekele-Tachiba-kara? Kaito-san? Hehehehe. Ooi. Jungen der so. Sauber, ey. Kaito. Na, alter Hund, ey. Kondokosa-kiri-tsukerare-sou-da-na. Uuuhh. 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 Konooo. Uuuhh. None of us. Skosi-dake-matte-te-kare. Haha. Skosi-dake-da-zo. Huhh. Ja-te-yalu-yo. Temeh-e-wa-naburi-goros-da! Also, ein Superkämpfer kann er ja nicht sein, oder? Ist halt der Boss. Kampf der sonst nicht. Also, haben Kaito gesagt, wir sollen uns beeilen. Ah, nicht schlecht! Nicht wahr. Ja Nice Rollstuhl, Scheiße! Nice Rollstuhl, Scheiße! Ja Nicht schlecht Jetzt haben wir nur noch im petto, wir haben ja noch ein bisschen... Ich darf doch immer schön ein Stückchen Brot dabei haben Nice, sehr freundlich Ja So Hamura, mein Freund Leg die erstmal hin Oh Kaito-san ist ein kleiner Kratzer, genau Ich bin ein kleiner Kratzer Ich bin ein kleiner Kratzer Und dieses Läger Das ist ein kleiner Kratzer Lass mich schnell weg. Ich habe noch Yoh. Ja. Ich habe mich schon wieder gefeiert. Obwohl Sie sich nicht, wenn Sie sich nicht verraten, wenn Sie sich nicht verraten können. Ich weiß, dass ich mich nicht verraten. Okay, Herr Herr. Hey. Es ist noch nicht gefährlich, oder? Ich habe keine Zeit mehr für dich. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin in der Nähe von der Moschra, oder? Ich bin in der Nähe von mir. Herr Herr, wenn ich hier bin, Das war's für mich. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, ob er's ausspuckt. Ich bin ein Mensch. Das ist nicht so ein Mann, was du bist! Geh mal, mach dich! Ich glaube, das stimmt. Hm, das ist eine große Sache. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verletzt. Ich habe das ganze Zeit verletzt. Ich habe das schon mal einen Ort gewechselt. Was? Das war's für mich. Ich habe mich, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ja, ich gehe. Wir haben einen Gast mitgebracht. Oh, das wird echt gut sein. Oh, das ist das. Ja, ich muss es nicht mehr, wenn ich ihn dazu noch nicht verabschiede. Das war das, wenn ich ihn zuerst, wenn ich ihn mit dem ersten Mal hab. Und ich kann nicht mehr auf dich, wenn ich ihn mit dem Gefallen von mir nicht verabschiede. Ich habe das auch nicht verstanden, ich habe ein Grund, warum ich das erst mal überraschend habe. Ja gerne, gerne! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, der letzte Vorhang, bald vorbei, ja? So, wie geht's Kaito-san? So, wie geht's Kaito-san? Boah, jetzt ist es natürlich hart, ne? Also, das ist zum Schluss gewesen. Vaku hat dazwischendurch gemacht. Hm. Also, dabei hat er es natürlich nicht gemacht. Vaku, ne? Was ist das? Ja, zum Beispiel, wenn du die erste Mogura benutzt hast... Okay, das war nicht korrekt. Shintani weiß ich nicht mehr, aber was ist das denn jetzt auch gewesen? Also, sagen wir mal, ja. Okay, das passt. Jetzt, das passt. Pff. 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 Das ist ein Mann, was ich? Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ich bin nicht so, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, Was ist der Mann? Ein Mann, nur ein Mann? Aber woher du hast, woher du dich ausfügt hast? Du hast du ein Geist? Aiuuuu! Autschie. Bei der Polizei ist der, oder? Ich habe die Bege Ereignen. Aber die Bege Ereignen hat sich in den Weg zu. Das ist ein Zeug. Ich bin der Bege Ereignen. Das ist ein Zeug. Er hat mich sicher, die Daten geben, die Geisung und die Überlegung. Oha, 20 Jahre her, ja? Okay. Guckuck, zwinker, zwinker. Gonna be here. Guckuck, these guys might have to take a fight with my spot, but the guy will have to fight together to kill more. I don't know who you are, but I'm not sure. He's lying. He's sitting with his mind, don't okay? He's standing to the ground. Guys, I just thought he managed to kill people. Ich bin der Körner, ich bin sehr schuldig. Aber ich kann mich für ein Schweres Geld verdienen. Ich bin der Körner der Körner, und habe einen Routen mit dem Schweren geschenkt. Ich habe mich angefangen, dass ich das Körner aus dem Körner war. Was ist der Körner Körner? Ich habe mich nicht so interessiert. Nein, aber nicht. Das ist schon schon ein bisschen von früher. Ach so. Aber ich habe immer noch einen Körper für mich und ich habe immer noch einen Körper für mich. Ich habe mich nicht so verletzt, was ich so verletzt, was ich? Ich habe mich nicht so verletzt. Ich habe mich nicht so verletzt, was ich nicht so verletzt. Hmm... Kontakt von? Okay. Ich habe ihn mit Eishimatsu. Ich habe mich immer wieder auf den Kopf geblieben. Das war, dass wir uns ein paar Mal zusammenfassen haben, dass wir uns nicht mehr in den Sinn haben. Wir wissen nicht, warum wir es nicht tun können. Aber wir haben es nur 1,000 Millionen Euro gemacht. Das war's für heute. Du bist der Jäkza? Du bist nicht die Verletzung? Das stimmt. Der Geld ist... 1,000,000,000. Das ist eine große Sache. Das ist das, was ich? Das ist ein Partner-Kartner-Kartner. Wir müssen uns mit einem anderen Karten schlafen, dass sie sich ein wenig zu schlafen. Das ist eine Einzügliche, die einem Karten aufzuhören. Wenn Sie die Karten durchführen, was sie tun? Sie werden wohl nicht sterben. Das ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste, aber dass du den Schleimhörn das Wichtigste? Oder ... ... ... ... ... ... ... Ich bin ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Ich bin ein Teil von mir, aber ich kann mich um die Einheit, oder was ich, um die Geld zu verletzten. Wenn ich mich um mich zu töten, um mich zu verletzen, dann kann ich mich um das Leben zu verletzen. Ich kann mich um das Geld zu verletzen. Was das? Was ist das? Fiesene mit Handschuhen und so weiter, der Typ ist schon ein bisschen gruselig. Der Typ ist schon ein bisschen gruselig. Der Typ ist schon ein bisschen gruselig. Gut, das war schon klar, aber wer ist jetzt der Maulwurf? Gut, das war schon ein bisschen gruselig. 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 Das war schon ein bisschen gruselig. Gut, das war schon ein bisschen gruselig. Das war schon ein bisschen gruselig. Das war schon ein bisschen gruselig. Aber es bleibt spannend. Also, mehr beim nächsten Mal. Bis dann. Tschau. Tschau. Tschau.